Glück auf Kameraden! Heute mit dem Fundstück der Woche von Rudolf Steiner oder sein Follername Rudolf Josef Lorenz Steiner, geboren im Kaiserturm Österreich. Er war ein Begründer einer spirituellen Weltanschauung. Deren wesentlichen Inhalte waren hellseherische Einblicke in die geistige Welt, die höheren Welten, wie er selber sagt. Er verarbeitete am Anfang viele Konzepte und Ideen der allgemeinen Theosophie. Die setzte sich dann später mit dem Okkultismus auseinander, aber mit dem westlich geprägten Okkultismus. Was das genau ist? Keine Ahnung. Dieser Mann hat 1907 einen Vortrag gehalten und zwar in Dornach am 7. Oktober 1917. Ist ein bisschen mehr als 100 Jahre her. Und er hat auch folgendes gesagt. Ich übersetze das mal für euch und werde dann eine deutsche Person, mal sehen ob ich noch eine finde, unten in die Videobeschreibung packen. In der Zukunft werden wir die Seele mit Medizin beseitigen. Unter dem Vorwand einer gesunden Sichtweise wird es einen Impfstoff geben, mit dem der menschliche Körper so schnell wie möglich direkt bei der Geburt behandelt wird, damit der Mensch den Gedanken an die Existenz von Seele und Geist nicht entwickeln kann. Also schon mal der Anfang ist hart und erinnert uns doch an irgendwas. Gehen wir mal weiter. Materialistischen Ärzten wird die Aufgabe betraut, die Seele der Menschheit zu entfernen. Wie heute werden Menschen gegen diese Krankheit oder diese Krankheit geschlumpft, so dass zukünftig Kinder mit einer Substanz geschlumpft werden können, die genauso hergestellt werden kann, dass Menschen dank dieser Schlumpfung immun gegen den Wahnsinn des geistlichen Lebens werden. Es wäre extrem schlau, aber er würde kein, er wäre extrem schlau, Entschuldigung, aber er würde kein Gewissen entwickeln. Und das ist das wahre Ziel einiger materialistischer Kreise. Interessant. Mit so einem Schlumpfmittel lässt sich der ätherische Körper ganz einfach im physischen Körper verlieren. Das heißt, er wird getrennt, kann man das so sagen. Wenn er sich im physischen Körper verliert. Naja, ihr könnt es selber lesen und euch eure Gedanken dazu machen. Weiter sagt er, sobald der ätherische Körper losgelöst ist, würde die Beziehung zwischen dem Universum und dem ätherischen Körper extrem instabil werden. Also, ja, nicht mehr so eine feste Verbindung zu deinem Ursprung, zu deiner Seelenwelt. Das ist mit dem Universum gemeint. Und der Mensch würde zum Automaton werden, also zu einer Maschine. Das habe ich schon mal gehört. Siehe Implantate, Bio-Roboter, alles, dachte ich zumindest, alles neue Ideen, aber wie ich schon in vielen Sachen festgelegt habe, so neu ist es gar nicht. Okay, man muss sich nur mal Westworld angucken. Ich glaube, es ist näher an der Realität, als man meinen mag. Ja, denn der physische Körper des Menschen muss durch spirituellen Willen auf dieser Erde poliert werden. Das Schlumpfmittel wird also zu einer Art Arimanik-Kraft. Der Mensch kann sich nicht mehr von einem bestimmten materialistischen Gefühl befreien. Irgendwie haben wir das schon, oder? Also, manche Menschen, wenn ich das sehe hier, Black Friday in Amerika, werden sie sich da ums neueste iPad kloppen oder irgendwas. Ja, er wird materialistisch für Verfassung und kann sich nicht mehr dem Geistigen erheben. Ja, Rudolf Steiner, 1861 bis 1925 hat er gelebt. So was wurde vor 100 Jahren gesagt. Wo hat er die Information her? Ist er wirklich ein Hellseher? Und wusste, was heutzutage passiert? Oder war er in Kreisen unterwegs, die das damals schon geplant hatten? Oder ist es einfach nur völliger Quatsch? Ich bin mir nicht sicher. Lasst es auf euch wirken. Bis bald. Bis bald.